Oh, hier sind wir in der Karte jetzt. Schon immer, mein Schatz, schon immer. Sehr geschäftstüchtig. Wie hast du das? Packst du denn so weit weg? Sonst... Ja, sonst packst du immer da. So, also, die letzte Lücke. Warte mal, lass den mal raus. Dann musst du erst mal raus. Ja, nee, lass den mal raus. Neues Jahr und der erste Vorsatz. Neue leckere Sachen aus dem Asiamarkt zu probieren. Ich hoffe, du freust dich, dass wir dich heute mitnehmen zum Shoppen. Von Kokosnüssen. Kokosnüsse, ja, du hast es auch mit dabei. Er liebt ja mittlerweile auch den Asiamarkt. Wegen den Kokosnüssen. Mein allerliebsten Lieblingsasiamarkt hier in Hamburg. Der größte, den es gibt. Der mit dem vielfältigsten und besten Sortiment. Ich weiß, dass ganz viele schon hier waren, nachdem sie Videos von mir gesehen haben von hier. Und ich freue mich, um wer ist mit dabei? Ich. Hä? Ich bin nur der Fahrer. Man sieht ihn gar nicht. Ach doch, doch jetzt. Ich verschmelze mich in der Grund. Johann ist natürlich auch mit dabei und er freut sich auch schon auf die leckersten Leckereien. Wir haben schon einen Zettel geschrieben. Warte, ich zeige ihn dir kurz. Du wirst erschrecken. Wir werden Zeuge eines Unfalls. Du wirst erschrecken. Drei, zwei, drei. Warte, du wirst erschrecken. Es geht noch weiter, ne? Du wirst erschrecken. Warte, ich kann das nicht scrollen. Da. Hast du gesehen? Das kommt heute alles mit. So, Justus nimmt sich wieder den besten Parkplatz. Mach mal langsam, Justus. Das musst du nicht so schnell in der Parkplatz. Noch langsamer Parkplatz. Ich rückwärts. So, Shopping-Time. Juhu. Für Leckerei. Oh, mein Gott, die erste Entdeckung. Ist das etwa neu? Dreimal Spalke. Dreimal? Nicht zweimal, nicht einmal. Spalke ist sogar viermal. Guck mal, da hinten sind deine. Pop Chicken Fläber, dreimal Spalke. Oh, wo sind unsere? Also, ich brauche wieder eine Kiste. Oh, ja. Nee, Papa hat ja nein gesagt, ne, Johann? Ja, wir haben noch relativ viel. Ja, aber wir brauchen noch zwei. Das sind die aber nicht. Oh, doch. Stutat, das wäre wirklich gut. Stutat, Bami. Das ist doch nicht Stutat. Ja, auch hier, aber das ist nur noch mal andere. Die haben sich einfach hier hingelegt, ne? Voll schön. Jemand hätte dann fast auch so ein Diener genommen. Stell dir das mal vor. Ja, voll gemein. Das ist gut, also. Wie viele Pappen? Nein. Ja, okay. Teboki. Ja, hol mal Teboki. Aber ich weiß nicht, ob die gut sind. Wir hatten doch diese anderen. Warte mal. Waren die gut? Nee, die sind das nicht. Die waren schon gut, oder? Was wir brauchen, ist ja... Waren die gut? Ach, das ist so krass, Justus. Das finde ich mega krass, ne? Fertigen Reis. Ja, fertigen Reis. Ja, die brauchst du nur noch in die Mikrowelle tun, ne? Dann ist er fertig. Nicht einfach in den Reiskocher, den wir haben, sondern einfach das Mikrowelle. Also ich finde das gut für Sommer zwischendurch, wenn du keine Zeit hast. Warte mal, was ist denn da noch alles drin? Ja, Reis und Wasser. Und GDL. Wir brauchen nur fünf Minuten für unser Meis. Aber was ist GDL? Wir brauchen nur fünf Minuten, sondern nur vier. Wer kann das... Also ich finde das super. Johan, was hast du genommen? Schön� Ramen. Die müssen immer sehr lecker sein. Die sind damals super schlechte in so einem Tipps. Ne, die sind vollkommen ausverkauft. Guck mal, Johan, das sind die gerösteten. Also man kennt die ja so für Sushi zum Wrappen, ne? Das sind die aber hohe, sag ich jetzt mal, die Seetankdinger. Und das sind jetzt geröstete, die kann man einfach so essen. Also die nimmst du einfach so und dann isst du sie zum Beispiel zu reißen oder so. Aber das ist jetzt eine riesen Packung. Die nehmen wir nicht mehr. Gibt es hier nicht einen kleiner. Komm, guck mal, ob es die gibt. Gibt es doch einen kleiner hier bestimmt. Nein, wir müssen jetzt nicht die suchen. Aber dass wir die auf jeden Fall im Kopf haben, Johan, dass wir die nicht vergessen hier. Nein, geröstete Seetankblätter. Geröstete Seetankblätter. Gibt es denn noch so Neues? Was ist damit? Hattest du doch schon mal, war doch eklig. Nee, die war lecker. Ja? Schön scharf. Scharf. Gern mit, also alles, was du haben möchtest. Oh, hier gibt es neue Sachen. Ich wollte dieses Mal nochmal solche Teigtaschen mitnehmen, aber extra vegetarisch. Weil die mit Fleischgefütten sind immer so ein bisschen, ja, ich hab das Gefühl, da sind immer so ein bisschen Knorpeln und sowas drin. Hier ist Johan, aber ach, mit Schrimps ist das. Johan war mit Schrimps? Nee? Wie wär's mit so Baute? Nicht so Schrecklaute. Tja. Mit Pilzen. Nee, das ist aber auch mit Schweinefleisch noch mit drin. Das sind vegetarische, ne? Nee. Schrecklauch und Schweine. Reispapier. Damit wollten wir ganz viel machen. Johan und ich wollten ganz viel rappen und rollen damit. Das ist halt super für Sommerrollen. Da kannst du alles Mögliche reinmachen. Gemüse und Schrimps und schmeckt richtig lecker. Komm, dann nimm mir das mit. Dann wollte ich noch Glasnudeln haben. Glasnudeln? Nee, das sind, glaub ich, Reissnudeln. Reissnudeln? Nee, Glasnudeln. Ich will Glasnudeln, nicht Reissnudeln. Ja, keine Reissnudeln. Ja. Die hier wollte ich haben. Einmal ausprobieren. Warte. Die. Vegetarischen. Gyoza, 100% vegan. Tofu mit Vegetables. Oh, das sieht lecker aus. Okay. Das riecht hier so lecker. Aber ich hab hier hinten noch welche gefunden. Okay. Die hab ich ab und mal eingepackt. Die sehen auch sehr lecker aus. Oh. Und was ist das? Kimchi-Dumplings. Guck mal. Ist da nur Kimchi drin? Du, 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 du. Ja, dann nimm mit. Ja, für uns. Versuch mal zu tun. Ich hab mich versucht, mal Koreanisch zu lesen. Aber willst du kein Fleisch haben, ja? Wasser. Tofu. Nee, Fleisch spendet sonst ganz weit mit. Schleblauch. Kimchi Blah. Johann, das waren noch die hier. Ist kein kleiner. Ja, die war super lecker. Fandst du gut? Ja. Die hatten wir das letzte Mal schon. Das sind so Chicken. Die kann man in den Ofen tun. Das ist aber mit scharfer Soße. Also wenn du nicht scharf magst, gibt es die auch ohne scharf. Aber die waren wirklich schön gut, ne? Fluss-Sauce. Fandst du die auch gut? Beim letzten Mal? Oh ja, aber das ist quasi eine Portion, ne? Ja, das war ein bisschen wenig. Aber es war sehr lecker. Hier. Wollen wir mal, wann du... Ich hab nur noch eins von denen. Dann bekomm ich vielleicht auch was ab. Die finde ich auch noch ganz interessant. Oder was sagt ihr? Ist das jetzt zu viel? Guck mal was da drin. Hier. Was ist da? Deine... Da ist die... Surimi? Ach, Surimi. Die, die ich dir das letzte Mal in Plastik zusammengekauft habe. Bei den Surimi, die sind ja nochmal unterteilt. Nur mal einzeln quasi in Plastik eingepackt. Und hier kannst du die auch direkt für Sushi kaufen, ne? Da brauchst du die nur auf Reis drauflegen. Richtig cool. Schwimms? Schwimms? Schwimms haben wir noch zu Hause. Hier mit Kopf. Was? Mit Kopf. Mami, Butter Dumpling. Was? Was? Was hast du gesehen, Johann? Oh! Was ist das denn? Oh, Chicken. Giant Dumpling. Wo gibt's die? Die muss ja irgendwo sein. Wo? Wo? Wo gibt's die? Dumplings müssten ja aber den Dumpling-Sachen sein. Ja. Wollen wir gleich mal fragen auf diesen Butter Dumplings? Äh, ja. Haben sie gesehen keine? Nee, bei dir auf der Seite sind keine? Ja. Wollen wir warten, bis sie das ausladen? Ja. Was sind die denn? Was höre ich hier? Äh, ich finde die Kokosnüsse nicht. Ich glaube, die haben keine Kokosnüsse. Nein. Oh nein. Oh nein. Es gibt Bulldog Dumplings. Hast du die schon entdeckt? Nee, hab ich nicht. Haha. Er meinte ja, sie wären hier schon ausgepackt irgendwo. Aber die hätten wir doch... Ja, aber die müssen wir auch probieren. Bulldog Dumplings. Kannst du sagen, dass die es hier nicht gibt und dass sie die halt so... Ob wir die aus der Packung nehmen würden? Ja, Johann. Hey, ja. Okay. Kannst du sagen, das haben sie nicht gefunden. Aber die sind doch noch gar nicht ausgepackt hier. Ja. Wir haben die nicht gefunden. Die hier. Die hier. Die hier. Ich hab gerade eben nachgefragt, sie haben echt keinen Kokosnüsse mehr. Und äh, Doreen? Doreen hab ich nicht gefragt. Die sind die, glaub ich, sehr alt. Aber gleich mach ich voll. Oh, okay, danke. Sind schon alle? Sind schon ausverkauft. Mein Gott. Cool. Dann müssen wir wohl jetzt warten, ja. Geht mal einkaufen, ich warte hier. Nein, du brauchst doch hier nicht stehen und warten. Doreen hab ich ja auch nicht. Auch nicht. Keine frische Dui. Eingefroren, ne? Aber ich glaube, wir haben noch ein paar zu Hause. Wir möchten keine eingefrorenen. Edamame. Ich wollte wieder Edamame mitnehmen. Oh ja, den wollte ich auch unbedingt mitnehmen. Oh, mein Lieblingsmais. Ich hoffe, mittlerweile haben ein paar den schon probiert. Nachdem ich ihn schon hier vorgestellt hatte. Der ist einfach so lecker. Ich kann mich nicht entscheiden. Soll ich den nehmen oder den nehmen? Die sehen beide voll lecker aus. Den nimm ich mit. Marcel? Ja, der gab's die Gemüse. Hier, Edamame. Wollen wir? Ja, ich wollte Edamame. Aber haben Sie nur die hier? Ich wollte eins. Nee, nicht die Kerne. Nur die Kerne schmecken nicht. Also, Edamame muss man schon richtig nehmen. Der Puttern nehmen wir die mit. Das ist gut. Unsere Lieblingsecke. Und gleich die Chips-Rice-Cakes, die wir auch gekauft hatten. Ausverkauft? Nee. Ja, unsere normalen sind ausverkauft. Ach, die normalen sind ausverkauft? Oh, die Chips schmecken auch gut. Ja, nimm die Platten mit. Vielleicht haben sie die noch irgendwo anders. Die sind ja eigentlich auch nicht für die Tiefkultur. Deswegen gleich mal so. Zweifach kommen? Ja, das geht weg. Die machen wir immer mit in unsere Nudelsuppe rein. Das sind diese riesengamele. Hast du die Gambas gesehen? Die waren ja krassig. Was? Gambas, die sind so groß um meine Hand. Zeig mal. Nein, die nehmen wir nicht mit. Zeig mal. Hä, die waren da drüben. Fami, die Bulldack-Dumplings sind weg. Komm, Bulldack-Dumplings kommen. Nein, die hat er noch da. Lohan, die hat er noch auf seinem Wagen. Komm jetzt, das ist komisch, was wir hier machen. Okay. Ja, die packen gerade aus. Die Bulldack-Dumplings. Die Bulldack-Dumplings. Die müssen aber noch warten, er ist noch dabei. Wir reißen einfach alles auf der Hand. Ja. So, wir warten hinter ihm. Ja. Ärgerlich. Ich habe mich sehr gefreut auf die Kokosnüsse. Deshalb bin ich nur hergekommen. Aber nur in Nudelzucker oder wollen wir noch was anderes mitmachen? Noch was anderes. Noch was anderes? Dann reicht aber eine Packung nicht, ne? Wir brauchen, glaube ich, um die drei. Aber nicht zu viel, Johan. Ja, und etwas zum einen fehlen. Also zwei. Okay, für meinen Hotpot wollte ich die nämlich auch haben. Also dann noch mal vier, oder? Nein, 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 drei reichen. Aber wir müssen da noch etwas einspielen. Noch diese, eine kleineren. Jo. Gute Hilfe. Ja, gut. Ist ja überhaupt nicht übertrieben. Ja. Also schmeckt schon sehr lecker. Sehr lecker. Oh. Wenn Papi das sagt, dann ist es wirklich so. Tofu. Wollen wir Tofu mitnehmen? Seaton Tofu für meine Nudelsoup. Guck mal, das ist doch aus diesem Sojaboden. Ja. Tofu. Ideal für Suppe. Boah. Ja. Das ist ja eher zum Anbraten, weißt du? Also es gibt ja verschiedene Arten von Tofu. Und ich mag lieber Silken Tofu, das ist so ein ganz, ganz weicher Tofu. Und der ist wirklich lecker dann in einer Suppe drin. Habe ich denn meinen geliebten Koriander? Wuuu. Wuuu. Ja, wir könnten dieses heiländische Gericht nochmal machen, aber ich glaube, mir fehlen da ein paar Passten für. Ich muss ja immer austauschen. Den können wir gefunden. Okay. Okay, dann nehmen wir lieber die. Wir haben jetzt andere Rice Cakes gefrissen. Hier raus und noch, also hier war noch einer. Aber die Platten sind doch auch lecker, Johann. Ich möchte einmal eine Platte mit haben. Ja, ist gut. Und dann noch die ganz normalen, runden Rice Cakes. Die machen wir auch immer in unsere Suppe mit rein. Kannst aber natürlich auch Chebuki einfach damit kommen. Koriander, lecker. Das Beste auf der Welt. Ja? Ja? Es dominiert so sehr. Das ist so lecker. Es schmeckt doch lecker. Kannst du mal nach Lotuswurzel gucken? Lotuswurzel? Haben wir selber noch Kimchi oder sollen wir jetzt hier was mitnehmen? Also Kimchi nehmen wir mit und wir machen auch selber. Aber das ist, glaube ich, der alte. Den müssen wir in eine Dose holen. Da gibt es ja nur einen Dreierpack. Ich brauche aber nur einen. Oh, wie hübsch. Wie hübsch. Ach guck mal, die sind so... Damit sie Wasser haben. Wunderschöne Orchideen. In Thailand gab es ja die schönsten Orchideen. So riesige Orchideen, die haben wir noch nie gesehen vorher. Dann nimm einen Chinakohl mit, ja? Ja. Ach, und Sojasprossen wollte ich auch noch haben. Papi? Ja? Haben wir schon Lauf? Ja. Ihr könnt es mir mitnehmen. Ich muss heute noch richtig einkaufen gehen. Was ist denn richtig? Das ist doch richtig. Brot und Käse und Wurst. Ja, das ist ja widerlich. Ich kippe da für Dumplings rein. Johann hat ihn in meinem Blick. Auf meiner Liste. Lass ihn bitte. Er räumt sich ja gerade ein. Wir können jetzt nicht da die ganze Zeit hin. Dumplings vegetarisch haben wir abgehakt. Edamame haben wir. Rice Cakes haben wir. Nudelsuppe haben wir. Kokossoße haben wir leider nicht. Kimchi müssen wir noch besorgen. Wir halten in der Dosen. Hot Pot. Wollen wir eine mitnehmen. Wir nehmen eine mit. Ja, wir nehmen eine mit. Komm. Oh, was kaufen wir andere Leute? Wir gucken einmal Choraz rein, was andere Leute kaufen. Man kann sich immer gut inspirieren lassen. Das sieht richtig scharf aus. Hot Chicken Flavoured Giant Dumpling. Wow. Ich bin im Himmel. Ist ja auch Fleisch drin? Ne, ist vegan. Ach, ist vegan? Hühnerfleischaroma? Ach, nur Aroma. Tofu haben sie drin. Egal, egal. Komm, schmeckt sowieso immer lecker von denen. Ach, finde ich interessant, dass sie vegan sind, ne? Very spicy. Very spicy. Wer schafft es? Hier. Hot Pot. Okay. Wir brauchen noch Lammfleisch. Beef haben wir schon für Borgogi. Dann nehmen wir so einen mit. Cool. Guck mal. Das ist schon so geschnitten. Ganz dünn. Perfekt für Hot Pot. Kannst du direkt reintun. Ach, hier guck mal an. So eine Röllchen sind das dann. Nein, das hier ist mehr Fleischantage. Ingefett. Wollen wir uns ja auch so selber machen mit dem Teig hier, oder wollen wir das lieber selber den Teig hier machen? Ne, das machen wir nicht selber. Also das nächste, was wir machen, ist Picken. Diese Spieße. Yakitori Chicken. Wollen wir das mal probieren? Spanfleifel-Croplets. Vorsicht, nicht da reintreten. Nicht da reintreten. Was ist das? Shrimpsies in Teigmantel. Kann man dann zu Hause auch zitieren. Oder im Backofen. Hier ist jetzt Fischcake. Ja, Fischcake. Also das ist auch super für Nudelsuppe. Guck mal, ob du Tofu-Balls findest. Tofu-Balls. Ja, einfach nur Tofu-Balls. Ist das das, was ich suche? Johan, ist das das, was ich suche? Ja, das ist das, was ich suche. Das sind aber nur Mini-Würstchen. Das sind aber nur Mini-Würstchen. Ja. Ich finde es das jetzt. Okay. Oh, ich war doch nicht das, was ich suche. Findest du uns keilig? Nein. Nein, er räumt da neue Sachen ein. Also jetzt lauf dir hinter den Leuten her, die Pakete auspacken. Ja, pack doch da grad wieder was aus. Ich glaube, er hat sich schon lustig gemacht über euch. Ja, hat er schon. Ist ja nicht schlimm. Was denn? Ne, so sind die Kleinen aus. Ach, das sind die Kleinen Pakete. Stimmt. Roasted. Ja, das sind die Roasted. Dann können wir so eine Packung mitnehmen. Gut, hast du gut gefunden. Mein Sohn findet hier auch alles im Asiamarkt. Dann fände es sich gut aus. Du kannst noch Getränke mitnehmen, ja? Ja. Für Clara und Elisa. Guck mal, diese Doriaki hatten wir doch mal. Die waren sehr lecker. Habt ihr gesagt, oder? Genau. Wir müssen den Auspacken hinterherlaufen. Ja. Mit der Kamera. Ja, ja. Genau. Dann gucken wir mal so in die Kartons rein. Ja, genau. Ja. Super wichtig. Natürlich in der asiatischen Küche sind leckere Soßen. Fischsoße haben wir noch zu Hause. Brauchen wir für Kimchi. Was ist das? Karomucho. Hot Chili. Spicy and tasty. Japans Nummer 1. Oh. Japans Nummer 1. Komm, nehmen wir mit. Probieren wir. Ja. Komm, nehmen wir mit. Was ist das hier? Ach, guck mal. Das sind doch diese... Wie heißen diese... Pommes Chips. Pommes Chips, ja. Komm, die nehmen wir auch mit. Die Takis sind ja auch total im Trend, aber... Also, ich mag die irgendwie nicht so. Muss ich dir ehrlich sagen. Die Fregeln. Ich verstehe das nicht, warum man die nicht macht. Aber Blue Heat ist lecker. Komm mal mit. Ach, hier sind ja noch mehr von denen. Hier sind die japanischen Sachen. Kann das sein? Die haben wir jetzt schon, ne? Ne, das waren noch mal andere. Hot Chili und die sind spicy and tasty. Aber die sind beide, das weiß ich. Hä? Da kommen wir auch noch. Okay. Seaweed. Guck mal, sogar seasonend. Honey. Äh, wie heißt es? Mit Geschmack sogar. Wasabi flavor ist da. Welche haben wir denn jetzt eigentlich? Die hier unten, ne? Wir haben die mit grünem Tee. Nein, das sind ja nicht die, die wir verkaufen haben. Ne? Das sind die nicht? Oh, wo ist grüner Tee? Ja, mit green tea. Ja, das sind die nicht. Vielleicht die? Ja, dann nehmen wir lieber die mit. Vici. Was ist das denn? Vici. Wackelpudding? Oder was ist das? Oh, das ist Vici Wackelpudding. Cool. Ach, das ist bestimmt purer Zucker, ne? Warte mal, ich guck mal. Das schmeckt immer sehr nach Chemie teilweise. Ach, das ist gar kein Zucker. Das sind Süßungsmitteln. Ach doch, das ist auch Zucker. Süßungsmittel und Zucker. Guck mal, Sea-Veat Smoke. Ja, das kannst du auch über dein Reis machen. Genau, über dein Reis einfach so ein bisschen streuen. Kann man aber mit denen auch machen. Oh, hier gibt's die hier. Äh, die. Die Carbonara. Ach, das ist die Carbonara-Sosi. Ja, die soll sehr gut schmecken, habe ich gehört. Weil wir haben ja bisher immer die. Ja, aber das ist immer die. Zwei und zwei, das schmeckt nicht. Ich finde das schmeckt gut. Ich finde, wir sollten das mal probieren. Ich finde, wir sollten das mal probieren. Ja. Dann tun wir das mit. Hier, Papi. Dankeschön. Ich brauche noch die grüne Soße. Ah, ich brauche hier noch die grüne Soße. Das ist halt super zum Dippen, weißt du? Das haben wir beim Koreaner auch, wenn wir so Bulgogi essen. Ach, das, ja. Und das machen wir einfach mit in ein Salatblatt rein. Und dann noch ein bisschen Fleisch oder so. Vielleicht noch so Lammfleisch oder so. Samyang. Samyang. Ja, genau. Ach, hier ist mein Rettich. Guck mal. Hier ist er ja. Ich brauche aber nur eine kleine Packung. Eine kleine Minipackung. Gibt es immer nur in so Riesenpackungen. Wirst du, soll ich so zwei kleine? Das ist eigentlich der Rettich. Den brauche ich für meinen Kimbab, den ich selber mache. Kimbab. Kimbab. Das ist so wie Sushi, nur ohne Fisch. Also das ist halt die koreanische Variante dann. Ohne Fisch, nur mit ganz viel Gemüse und Leckereien. Soll ich den nehmen oder lieber den? Welchen findest du denn besser? Zwei ist mehr als eins, der eine ist größer als zwei. Ich bin hinher und der ist geschnitten. Ich bin auf. Der ist geschnitten? Ja. Ach, das ist ja Betrug. Ich dachte, das wären zwei Stück. Ja. Gut, dann nehme ich den. Ich weiß nicht, ob es direkt Betrug ist, aber... Also, okay. Dann nehmen wir jetzt die mit. Ja. Genau. Oh, was ist das? Getrockneter Seetank. Für meinen Kimbab. Ah ja, stimmt. Kimbab. Aber das ist auch schon geröstet. Ja, aber das kann man ja trotzdem dafür verwenden. Ich glaube, das muss man dann einmal anfeuchten. Die sind aber nicht geröstet. Sind wir für Kimbab jetzt geröstete oder ungeröstete? Ich glaube, geröstete und dann einfach ein bisschen nass machen und dann... Ja, würde ich schon sagen. Hier sind ganz viele verschiedene. Sushi Nori. Boah, die sind ja teuer. Guck mal, 10 Euro kosten die Blätter. Und ich dachte, die sind schon teuer für 7 Euro. Hier gibt es auch so... Nur für 2 Euro. Du bist irgendwie geröstet. Ja, irgendwie schon. Aber die haben auch sogar so einen Sipferschluss. Guck mal, das ist ganz gut. Ja. Die haben auch... Ja, dann nehmen wir die gerösteten hier. Ja, genau. Die haben auch so einen Sipferschluss. Hier, Papi. Okay. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was du jetzt damit machen möchtest. Kein Sushi, aber du willst... Sushi. Du willst doch Sushi machen. Sushi. Quasi vegetarischen, koreanischen Sushi. Wir können da ja auch ein bisschen Fleisch reinmachen. Und da kommt auch deine Gurke rein. Wo hast du die Gurke hingetragen? Hier, hier. Ach, ich dachte, du hast sie wieder zurückgelegt. Hinter dem Seetal. So. Also ich gucke dir schon, sowas mitzunehmen. Ja? Ja, probier das doch mal. Da ist schon so ausländischen Kaffee. Schmeckt auch immer ein bisschen anders. Jetzt nehme ich mal thailändischen Kaffee mit, ja? Ja. Ist das thailändisch? Ja. Da bin ich mal gespannt, ob die das schmeckt. So, das sind jetzt hier wieder diese Getränke. Die wollten wir eigentlich mal zusammen zeigen, wie man die öffnet. Die ist super giftig. Aber die schmeckt super lecker. Die ist nicht super giftig. So wie Papi sagt, mit Froschleich. Nein. Das schmeckt Basilikum-Samen. Ja, Basilikum-Samen. Die schmecken wirklich gut. War nicht irgendwas drin? Ja, da sind immer irgendwelche E's drin. Joghurt-Starkling. Was ist das denn? Gegorener Joghurt. Ja. Das ist ja interessant. Ja, also ich muss das nicht probieren. Wollen wir das probieren, Johann? Wenn du vorangehst und du danach zwei Stunden hin... Keine Blindheit hast, dann ist das gut. Ja, dann kann ich auch probieren gerne. Also ich finde, das hört interessant an. Sprudelwasser mit Joghurt-Geschmack. Oder eine wirklich gegorener Joghurt. Mh, Sparkling-Joghurt. Nein, ach ihr seid... Sparkling-Joghurt. Ach, hier ist doch Lotus-Wurzel. Ja, aber getroffen. Ja, aber getroffen. Getroffen, leider. Schade, dass die das nicht in ganz haben. Hätte ich schon gedacht, dass sie das hier haben. Ich habe jetzt die hier mitgenommen. Einen Getränk? Ach, hast du dir jetzt doch die mitgenommen? Oh, sie haben hier auch normales Wasser. Einfach ganz normales Wasser. Dann kommen wir hier auf. Oh, mein Rettich. Oh, mein Rettich. Oh, mein Rettich, Leute. Den gibt's hier das letzte Mal. Gab's den nicht. Der schmeckt aber richtig gut. Oh, der schmeckt sogar Joghurt-Mark. Den gern und Clara auch. Lust aus. Oh, das ist wirklich lecker. Du musst den unbedingt ausprobieren. Also wenn du so eingelegte Sachen machst. Hast du da jetzt mal irgendeine, die dir nicht geschmeckt hat? Ja, das sind so Bambus-Sachen. Die sind auch okay, aber die sind jetzt nicht so super krass. Was ist das hier? Oh, ich liebe so eingelegte Sachen. So fermentierte Sachen. Das ist immer so lecker. Alles fermentiert ist lecker. Ja. Ach so, das war das. Ja, genau. Die waren leider nicht so gut. Die wollte ich eigentlich so... Ach ja, der hier, ne? Sowas? Ne, das ist doch gar nicht Kimchi. Doch, das ist Kimchi. In so kleinen Tröckchen. Ja, das sieht gut aus. Ne, lass mal lieber normal nehmen. Ja, aber der normale ist immer so labbrig und schmeckt gar nicht fermentiert. Fermentierten Tofu brauche ich auch noch. Hier ist Kimchi. Wollen wir mal was anderes probieren? Also... Das ist, glaube ich, mein fermentierter Tofu hier. So ein bisschen schärfer. Guck mal, hier sind sie so ein bisschen schärfer, nicht so stark. Ja. Fickel? Das brauche ich auch für Hot Pot, aber kann man auch super zum Würzen auf Reisgerichten. Ach, schau, das ist so gut. Oh, guck mal, der ist super Hot Pot. Ah ja, Hot Pot-Gewürzmischung. Genau, aber die haben wir noch zu Hause. Ach, hier ist Spam. Wolltest du Spam haben? Ja, würde ich so. Wie viel? Eine Packung? Zwei, ne? Ne, zwei. Eine kommt in unser Kabufsi. Aktuelle Situation. Picking Ente. Picking Ente? Ja. Sind wir durch? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch. Keine Kokosnüsse. Keine Kokosnüsse. Keine Durinien. Sind die neu? Diese Liga-Verpackung habe ich eben eine gesehen, die das in ihrem Einkaufswagen hatte. Mit Leim ist das. Ich weiß nicht, ob das gut schmeckt. Ich weiß nicht, ob das gut schmeckt. Ich weiß nicht, ob das gut schmeckt. Sieht ein bisschen mexikanisch aus. Mexikanisch. Johan. Die hatten wir schon, ne? Ja. Die normalen? Die waren super lecker. Die fandest du gut? Das sind meine Lieblings. Ja? Ja. Was hast du da? Das sind meine Lieblingsfarbe. Ich kann noch diese einen schön weg machen. Ne, die echt nicht. Nimm einfach hier. Okay, ich bin noch nicht sicher, ob wir wirklich alles haben. Guck mal da. Sie hat das in ihrem Einkaufswagen, nicht so? Ja, ja. Okay, komm. Ich habe schon gesagt, dass ich sie in Asi-Mark gebe. Okay. Aber ich habe immer noch keine Glasnudeln bekommen. Die sind noch viel, viel weg, als die Carbonate. Da vorne sind doch alles Glasnudeln. Ne, das sind alles Reisnudeln. Ja, aber da sind ganz viele Glasnudeln. Wo? Die Glasnudeln, die ich mache da hinten. Da hinten? Ja. Die stehen beide nicht. Ach, danke. Ach, da noch. Ich glaube da hinten in der Ecke. Ich glaube da hinten in der Ecke. Ist auch richtig in der Ecke da hinten. Ganz doll versteckt. Ne, ich glaube hier. Ganz hinten in der Ecke sind. Ja, das sind Glasnudeln, Johann. Oh, das gibt es ja auch nicht. Das finde ich eigentlich ganz praktisch, weißt du? Weil die muss man dann immer so schneiden. Wenn du auch so eine Portion hast, passt immer. Ja, genau. Komm. Komm, nimm mit. Was tust du da? Ne, ich will. Was tust du da? Was tust du da? Das ist einfach immer zu groß. Aber das ist immer sehr viel, ne? Das geht dann auch nicht auf. Das sieht immer so klein aus. Das ist aber nicht. Irgendwann ist auch genug Zeit hier verbracht nach anderthalb Stunden. Wir sind doch nicht anderthalb Stunden hier. Doch. Wir sind doch gerade erst angekommen. Ja, gefühlt. Aber in Wirklichkeit ist es hier ein bisschen lang. Raus? Ja, raus. Oh, sie hat da was mitgenommen. Vielleicht will ich das auch haben. Warte mal. Sie hat das hier mitgenommen. Das hier. Ah. Kinchigil. Das ist immer so. Haben wir schon? Ja, aber eine andere Firma. Aber warum hat sie die mitgenommen, weißt du? Vielleicht sind die ja besonders lecker. Nein, nein, das ist nicht mein Gott. Kannst du nicht, dass sie besonders lecker sind? Ich bin froh, dass du zuhause siehst du nicht. Oh, wir hätten noch lecker. Mit Schnittkno-Blau. Das fühlt sich aber auch lecker an. Ja, aber kannst du bitte Auto aufmachen, damit wir schon mal reingehen können? Dankeschön. Oh nein, ich habe ja noch den Kindersitz da drin. Egal, passt der trotzdem. Ja, andersrum hat er einen neuen Kindersitz bekommen, habe ich schon erzählt. War auch Johann mit mir zusammen shoppen. Jetzt geht's ab nach Hause. Dann heißt es einräumen. Und dann heißt es kochen. Was machen wir zuerst, Johann? Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Also wir haben jetzt eingekauft für Hot Pot, für Kimbab. Was wollten wir noch selber machen? Enoki Pizza und Rice Cake. Ah ja, genau. Wir wollten ja noch Sommerrollen machen. Wollten wir auch noch machen. Und schreib mir gerne, was dich davon interessiert. Dann können wir dich gerne dabei mitnehmen, was du gerne isst davon. Oder vielleicht auch alles. Schreib mir gerne. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.